hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem youtube kanal und es wird jetzt das letzte back opening werden bis zum dotty weil ich sparen mir alle packs jetzt auf ich werde nur immer die player picks machen und die vorbesteller packs weil voriges jahr habe ich das gleiche gemacht und da habe ich aber das problem gehabt mit den vorbestellern packs dass ich keine neuen mehr dazu bekommen habe die werde ich dann alle in der app öffnen gold 2 nur die player picks machen wir jetzt noch nicht auf wir holen jetzt nur alles ab ich öffne dann alles erst freitag am abend weil ich bin mir nicht ganz sicher ob man den player picks dann auch nicht das best of team auf die weg ziehen kann da gibt es wieder vier mega packs mit ja so das war's vorerst und wir sehen uns dann freitag am abend so mittlerweile ist es freitag 19 uhr 10 es ist irgendwie kein promo team raus gekommen was ich heute gehört habe nur das best of team of the week wir haben hier schon 17 packs dann auch die vorbesteller packs die was wir die vorbesteller die belohnung specs was wir aufmachen davor machen wir noch squad billing challenge und zwar top patin zeige schnell hier alles im verein gehabt da die schweizer liga deutsche liga deutsche dritte liga und deutsche zweite liga gibt es ein premium gold pack dafür dann monaco gegen paris auch alles im verein gehabt dann hier liverpool everton auch alles im verein gehabt und dann die letzte spc atletico gegen basa auch alles im verein fast komplett mit der spanischen liga gegangen außer hier auf der seite mit der niederländischen gehen wir auch ab abgeschlossen top patin dafür gibt es ein premium gold spieler pack das einzige was ich komisch finde es sind absolut keine flash spcs rausgekommen obwohl der gut aussieht der moralis den mache ich mir vielleicht so hier haben wir 22 packs von wo kommen die da habe ich die ganze woche spcs gemacht die champions league spcs und alles mögliche und dann auch die weekend league belohnungen und division rivals belohnungen so und dann machen wir endlich die player picks auf muss mich noch um gegenstände kümmern ja dann starten wir mit dem player picks ich bin gespannt ob da auch von best of team of the week welche drin sein könnten ich habe keine ahnung im ersten pack einmal nicht promis den habe ich schon deswegen nehmen wir ihn also die otw karte von promis 84 haben gar nicht das team of the week angeschaut aber das wird er näher keine mittlerweile und 86er bin ich zufrieden hoch hoch er hat so nur 33 wenn er 44 hätte würde ich ihn vielleicht sogar einbauen für gold 2 kann ich mich nicht beschweren alles in den verein aber es war keiner von best of team of the week dabei und jetzt 22 packs das letzte back opening bevor es team of the year raus kommt und starten ins premium gold pack das wird nicht einmal ein seltener spieler das kippen wir gleich sind ja überall ok machen wir das gold spieler set klein auf und danach die vier mega packs weil die sind ja untauschbar ist das das wird nur cordoblust 76 ein traum dann machen wir jetzt die vier mega packs auf sollten vier sein 1 2 3 4 ja die sind untauschbar wird auch kein durchläufer nein 81 chaka das nächste mega pack was ja immer super mega sind es wird auch kein durchläufer skippen wir gleich ich werde einfach alles überspringen was kein durchläufer ist aber das dritte mega pack es wird auch kein durchläufer es brauchte nur einmal krachen bei einem tauschbaren pack wieder sechs doppelte und das letzte mega pack das wird ein durchläufer das wird ein durchläufer ein champions league karteil wahrscheinlich 75er england innenverteidiger ja ja 83 kann ich zwar nicht verkaufen aber irgendwann braucht ein sicher für eine spc dann geht es weiter mit dem premium gold spieler bike hoffentlich kann man da aus irgendwas was gutes rausholen es wird auch kein durchläufer skippen wir 82 baumann das nächste gleich das wird ein durchläufer ach wie der champions league aber es wird ein 83er wird italien rechtes mittelfeld politano 82er und was dahinter zwei champions league karten nichts interessantes dann das nächste premium gold spieler set kein durchläufer dann sind wir schon beim vorletzten premium gold spieler pack und das wird auch kein durchläufer 81er ist bester und das letzte premium gold spieler pack gönnt vielleicht zumindest 83 bloß kein walkout kroatien stürmer gramaric gramaric 83 hat er genau 83 sonst noch irgendwas dahinter so was machen wir als nächstes auf machen wir die da hinten auf machen wir die da hinten auf lektrum spieler bike wird nichts dran sein aber in der gold spieler war das seltene aber in der gold spieler war das seltene gute bike ausbeute bis jetzt dann die zwei seltenen spieler das wird wieder eine schnelle geschichte wenn ich immer noch durch skippen kann dann das nächste zwei seltene gold spieler pack auch kein durchläufer dann das letzte zwei seltene gold spieler pack ich lasse mich überraschen aber ich glaube da wird nichts kommen und ich werde nicht überrascht dann sind es nur mehr sechs pack seltene gold pack zumindest ein walkout das wird auch nichts eigentlich habe ich mit zwei drei erhofft aber mittlerweile bin ich mit einem zufrieden so dann machen wir mal den glücks pack von mir auf der seltene mega pack wird ein durchläufer kam die mein locker er gibt mir keinen spanier z m wie da de mendi oder wie er heißt 83 also wenn nicht einmal bei diesem backdose rauskommt sehe ich schwarz machen wir das leihbeik auf da ist wahrscheinlich infomeran halo drin gott sei dank dann machen wir hier weiter prime elektrum spieler pack das wird auch nicht einmal durchläufer ei 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 nur mehr drei packs zweimal prime gold spielerset und einmal seltenes mega pack komm ein walkout einen gib mir einen das wird zumindest ein durchläufer champions league italien innenverteidiger ich werde das ganze aber trotzdem hier zeigen dass man auch sieht dass es nicht auszahlt dass man sich viel von gold kauft wenn man dann so eine backausbeute hat nur mehr ein back bleibt übrig letzte back seltene mega pack kommt da was das wird zumindest ein durchläufer im letzten back ein walkout uruguay innenverteidiger gotin aber immerhin ein 88er kann man vielleicht die spcs brauchen na das nicht irgendwas noch dahinter keiner vom bester auf team of the wicked gezogen kommt noch irgendwas dahinter aber naja ausbeut hätte besser sein können aber ich will mich jetzt auch nicht großartig beschweren so das war's von diesem ganzen video ich hoffe es hat euch gefallen wenn lasst ein like und ein auto eine schöne weekend league noch und tschau bis dann